So, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Sapa. Guten! So, wo sind wir denn hier? Wir wollten ja eigentlich... Ähm... Nehme ich hier auf? Ja. Wir wollten, genau, hier, Operation Rechtso machen. Machen wir noch gleich mal Teufel mit dir Selfie. Katzen verschwinden nicht einfach so. Wo sind sie? Ich weiß es nicht. Hey, du? Hey. Willst du ein Selfie mit mir? Okay. Klaaar! Welchem Emoticum? Juhu! Unde Kacke! Das ist ja unglaublich! Wow, sehe ich echt so aus? Ich häng mit dem Na in meinem Kumpel ab. Ich geh mir aus meiner Klo. Oh, das ist ja richtig sexy, das Bild. Hallo? Werde ich hier... Werde ich hier eh nicht drin vergewaltigt? So wie Nathan? Sissi! Jawohl, das... Das glaube ich mir. Oh! Nicht wahr. Und... Oh, da ist noch ein Bild. Girls rule, boys rule. Oh yeah. Ich hoffe, ich habe noch eine Ballon für dich abgeliefert. Dann wollen wir uns über das Ding mal. Ich spiele zur Kiste wegen. Ich sollte mal das Geld hier abholen. Ich spiele mal die Spie zur Kiste. Ich habe 18 Dollar? Oder habe ich die gerade... Also, willkommen. Danke. Meine Eltern waren gestern bis 3 Uhr morgens feiern. WTF? WTF? Ich musste meine Mom echt auf ihr Zimmer schicken. Du bist so arm. Da hat es doch gerade ganz kurz wieder. Oh, hi, Kiddies. Oh, Kuschseite. Willst du mit mir spielen? Ich habe gedacht, das ist einfach so ein Ross. Kann ich jetzt noch mit einem Kindergarten peerless machen? Hier kommt der Bulldozer! Ich hab die Rutscher repariert! Kuhnkuchen... Warum kann ich nicht rutschen? Ich möchte bitte rutschen. Rutschen ist auf mein ganzer Link hinein! Ist hier nicht auch so eine Pflanze? Hallo? Ich möchte bitte durch! Was soll denn der Dreck hier? Durch! Der Pflanze hab ich's gegeben! Hähnchen kuchen? Lecker! So, bin ich jetzt richtig? Big Gay Ls Haus... Ach, ich bin hinten... Ja, wo ich trenne nochmal... Hier hinten lang... Hoppala, Entschuldigung! Entschuldigung! Ja... Rural Crafting! Ich kann mal Gegenstände craften! Okay, was ist das? Das sind alles... Ah, das sind alles Artefakte... Wunderarsch kaputte! Jawoll! Wunderarsch Anzug! Und Wunderarsch Handtür! Ich hab grad irgendwas bekommen, aber ich hab's nicht gelesen! Okay, da brauche ich höhere Crafting Ränge... Wenn ich das Craften kann... Oh nö... Nein, ich mag meinen BH Kopf eigentlich... Was ist denn der Wunderarsch Anzug hier? Ach, das ist der Wunderarsch! Nein, da finde ich eigentlich das Kloster Outfit auch ganz gut... Nackter Bogen... Guck mal hier... Ja, bla bla... Okay... Gut! So, wie komm ich denn hier nach... Hinten... Ha, ha, ha... Das war aber schwer! Eine Hochgeschwindigkeits-Annal-Kette... Hi! Sorry, Wunderarsch! Ich muss dieses Buch verschlingen! Hey, Zuckerstöckchen! Machen wir ein Selfie? Aber natürlich... Oh, natürlich... Oh... Juhu! Mr. Slave! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Diese verflicksten Sechstklässler! Wie ich sie hasse! Ich hoffe, sie haben sich nicht meine Kätzchen geschnappt! Oh... Sorry, ich bin einfach nicht in der Stimmung für ein Selfie! Ich hab Angst um meine Kätzchen! Oh... Ich schalte mal den Fernseher an... Machen wir halt! Oh... Oh... Scheiße! Oh! Das ist so schuld! Rrrrrr! Keiner der jungen Wies... Was? Halber Liter Eiscreme Lizard-Aid mit B-Vitamin? Ja, guck! Haben die keinen... Er hat keine Obergeschaut im Moment noch. Oh ja, okay. Eckige Brille! Kostüm! Oh! Wunderschön schlafen. Wo ist eigentlich Mr. Garrison? Oder Mr. Garrison? Oder der Präsident? Gibt's hier irgendetwas? Nein. Ich vermisse echt diese Peniswaffen. Die waren cool. Die waren richtig cool. Okay. Jetzt gehen wir mal kacken. Big Girls, Big Gay Biddy. So. 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 He! Willst du nacktfotos von deiner Mom sehen? Nein. Ich habe einen Trauma für meine Mama, ja. Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhnen und Friends anzulegen. Zeig uns, was du drauf hast. Ich schaue mal denn da aus. Schauen wir mal einen Laser. Woher hast du einen Laser? Ich will auch einen Laser. Blitzfreak schischt los. Kriegst du aber nicht. So. So. Woher nimmst du diese Energie? Verdammt. Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Für Viertklassler seid ihr echt zähe Brocken. Nimm das, Zwerg. Den soll ich quälen. Ich wähle dich. In der ersten Reihe wird man nass. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Wieso, er hat ja diesen tollen Laser. Nächstes Mal gibt's das Fernlicht. Scoot in euch, Kalten. Ich bin dran. So great. Das geht sich auch nicht aus. Das hält. Omega, crasht extra. Au. Hättest du dir mal bei deinem Kostüm so viel Mühe gegeben? Alter, sei froh, dass ich hier bin. Ähm. Gut, wir wollen ja nicht eingeführt werden. Wenn ich die zurückschlage, das müsste eigentlich funktionieren. Ach, das gibt garantiert ne Narbe. Ach, schade doch nicht. Ich dachte, das funktioniert wegen dem Pisser da drüben. Und ab die Post. Er kann sich gar nicht bewegen, okay? Ah, ich fahr da drüben. Der ist ja immer noch nicht tot. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Boot? Extra für dich. Ich bin jetzt dran. Alles okay, Supercrack? Klar, mir geht's super. Ich hab zur Zeit nen Haufen Stress. Den werd ich an dir abbauen. Komm wieder auf die Beine, Arschboll. Autsch. Das tut weh. Immer kriegen's die Neuen ab. Oh gut. Ich bin dran. Okay. Sie ist nicht tot. Gegen den Armboden. Bin ich endlich dran? Danke. Nehmen wir jetzt den hier. Coolen, friends, für immer. Oh nein, great. Sie ist nicht so fit aus, Neuer. So, was war das hier? Jawohl, so treff ich alle. Oh fuck, fuck! Das ist unser Beitrag zur Reduzierung der Klassenstärke. Ha! Oh nein. Nein. So gut wie neu. Mann, die sind schon heftig. Stepp uns nicht weg, Neuer. Was ist das? Den Beiden ist wirklich... Hm, das nenn ich ne Ansage. Was ist das? Bitch. Vierklässler versuhlen. Geile Sache. Ohne zu zucken. Respekt. Du brennst. Du brennst. Und du kommst. Ruhe in Frieden, Kuchenfreund. Das hab ich kaum gesehen. Siegreich. Füllt den Zorn von Humankind. Und ich dachte, Drachen wären schwul. Schön, dich vom Gegenteil überzeugen zu können. Wer sagt, du hast mich überzeugt? Fantastisch. Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Säckchen voller Spuckel? Muss ich jetzt irgendwas mit Craig machen? Hi, du blöde Kuh. Ich sollte dich übers Knie legen. Du solltest du Katzen hier mal kreizweise hier. Blöde Kuh. Blö? Blö? Ähm. Ah, okay. Funktioniert noch. Okay, ich kann dir nicht umhauen. Ah, siehst du Nicole. Genau. So, was haben wir hier ne Brille. Oh. Oh. Die schaut doch sehr stylisch aus. Jetzt solltest du ihn sehen. Hey, wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Angriff! Angriff! Hast du Nicole, Vater? Den Drogendieger. Was hast du in meinem Haus zu suchen? Stellung halten! Ja, Leute. Ja, was soll denn das? Drogendealer! Verschwinde aus meinem Haus, verdammt! Nein! Feuer, der Wiener! Alle Eier brennen! Alle Eier brennen! Verdammt, was willst du von mir? Sag nein zu Drogen, Witz von Kalt! Ich verteidige nur meine Bohnen! Deine Bohnen? Oh yeah! Oh yeah! Schreckensklingenartefakt. Heilige Scheiße, du bist wirklich ein Superheld! Ein Degenerierter weniger, um den wir uns kümmern müssen. Greif uns doch mal wieder unter die Arme! Zack, zack! Warum war ich jetzt eigentlich alleine? Habe ich jetzt Craig verloren? Habe ich Craig verloren? Ich habe doch Craig jetzt nicht verloren, oder? Nein! Ich muss noch den Bogen finden. Gehen wir mal hier kacken! Ja, ich muss jetzt in jedem Klo hier in der Stadt kacken gehen. Oh, okay, dachte ich, da kommt jetzt eine Sequenz. Token benimmt sich echt komisch in letzter Zeit. Komisch? Oder wie ein totales Arschloch wie all die anderen Jungs? Ja, letzteres. Aha, spiel eine Karte. Okay, warum nicht? Hi! Wuhu! Nico! Danke! Wir sehen uns online! Mitleidsselfie mit dem neuen Pornblüten. Okay, du kriegst ein Mitleidsfollow, was soll's! Na, immerhin besser als Nick. Wuhu! Danke! Bitte! Oh, da ist da, 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 Ding von Token. Es gefällt und glitzert. Bibi! Funkelt das, ja? Funkelt das für dich, Bibi? Was ist denn das mit dem... Hä, was ist das? Was ist denn das mit Chipotlerek rein in Halszabletten? Ist das der Fernseher? Wo sind meine Augen? Wo sind meine Augen? Wo sind meine Pupil? Meine Pupil sind weg! Was? Oh. Ah, ist das ein Darth-Oteral. Ist doch für Fernseher, oder? Was für'n Backe, what the fuu? So ein braber Kierklässler. Bist ihr näher noch? Gerechtigkeit von oben! Du schaffst das! So sorgt man für Schmerz. Jetzt aber schnell! So, was haben wir hier? Ich spüre gerecht das Herzblut! Geht's, Humankind? Euch platt zu machen, fällt unter Anti-Aggressionstherapie! Scheiße gelaufen, Neuer! Kein Power! Kleiner Rückschlag! Tschau! Braucht jemand ne Faust in die Fresse? Ich hab genug von dem Kack! Ah! Stetes Klopfen höhlt den Schädel! Mach sie fertig! So arschloch! Jetzt gibt's Ärger! Das Publikum wird toben! Das Publikum wird toben! Der ist... Spricht nichts gegen solide Krügel! Rick, du hast viel Angst! Lach nur! Der Letzte, der das bei mir versucht hat, ist tot! Oh! Kannst du dich nicht mehr sehen, Adler! Oh! Kannst du dich nicht mehr sehen, Adler! Raaah! Los, Wunderarsch! Los, Wunderarsch! Leben hat er 32! Ach, verdammt! Fäuste lösen wirklich jedes Problem! Ein HP! Cool! Das ist natürlich cool! So! Jetzt schauen wir mal kurz hier auf die Karte! Mal wollen sie vorher noch die Artefakte durchgucken! Charakterbogen! Anscheinend habe ich hier wieder irgendwas... Ach, der Influencer! Oh nein! So! Brauchen wir die Karte! Das geht grad nicht! Oh, voll! Das kann ich noch machen! Ja, Reus und Betritt das Raisins! Da drüben ist es! Okay, wir sind hier! Nein! Blödsinn! Wir sind hier! Das heißt, wir werden hier durchgehen! Darüber zum Raisins! Okay! Hier drin waren wir ja schon! Äh, hier drin hier rein konnten wir ja nicht! Ach ja! Der Storrid! Okay! Da komm ich grad nicht durch! Der ist Lava! Lava! Und hier steht ein Auto mit ner B! Okay! Bringt nix! Goat! Die Zeit vergeht immer so schnell beim Spielen! Das ist unglaublich! Ich liebe die Serie! Ich liebe alles! Bist du auf der Flucht? Immer! Eure Fürze auf deine Feinde ab, um dir im Kampf einen Vorteil zu verschaffen! Davon wird ihnen übel! Dann bürgen sie und du haust sie um! Stört uns nicht! Wir säen Chaos! Wir säen Chaos! Fickt euch Chaos Lakaien! Immerhin sind zwei angewidert! Angriff Lakaien! Könnt ihr euren Comic-Con-Scharis nicht woanders abziehen? Nein! Selbst bei frühen Dr. Who-Folgen sahen die Effekte besser aus! Wer spricht denn da? Haia! Wow! Voll eklig! Eure Kostüme sind so schr- Ich brauch' nen Klo! Los geht's! Steht wunderbar alle in einer Reihe! Wisst ihr das? Das hat gesessen! Unordnung ob siegt! Hä? Achso! Noll! Hä? Was macht der? Uff! Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen! Oh! Ran! Ach, Craig! Könnt mir nicht egaler sein! Ein Feind viel! Oh! Rein, Neuer! Hey! Sind das echte Special Effects oder animierte? Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Jawel! Uff! Das ist der langweiligste Superhelden-Kampf ever! Jetzt wird's chaotisch! Kann mal jemand das Blut aufwischen? Nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich! Entropie! Hättest du blocken sollen! Achtung! Alles Gute kommt von oben! Pew, pew! Wer kommt als nächstes? Jawohl! Habt euch bereit! Yes! Hau sie weg, Neuer! Au! Frisch! Scheiße! Ein Kampf ganz nach meinem Geschmack! Ein Einführungs-Defudy für Chaos eingestellt! Psy-Ops, Handschuhe, Anzug und Helm! Okay! Gehen wir mal hier rein zu Tweak! Willkommen im Café Tweak! Was kann ich für dich tun? Obla, ich bin grad unabhängig an der Kamera angekommen! Psy-Ops! Was sind das für Manieren?! Oh! 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 Sag mal, geht's noch? Nimmst du Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an, du kleine Ausgeburt des Teufels? Nein! Flasche mit Orgasmus-Kraft! Absolut sicherer Hort für Professor Chaos, wundersame Bioflüssigkeit, die mit Hilfe eines Kompass aus dem Himmel gewonnen wird! Ja! Also bei dem Deal hast du meine Eier in der French Press! Aber gerne, kleiner Kunde! Okay, Tweaks, Eltern! Ah! Juhu! Ich brauche einen Kaffee! Ich liebe handgemachte Bio-Selfies! Tweek und Craig vor dem Sturm! 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 Ach, wie sie da Life is Trains nachmachen, ne? So! Oh! Nimm dir ein paar Kannen mit in die Schule! So gute Noten hast du noch nie geschrieben! Ja! Tut mir leid! Ich mache mir zu viele Sorgen wegen Tweak! Glaubst du... Was ist los mit Tweak? Tweak! Tweak! Dein Schätzchen Craig ist hier bei mir! Tweak! Hallo? Kann ich hier... Warum kann ich hier nicht durch? Was soll denn das? Lass mich so die Bilder rüber! Lass mich rüber! Wann geht denn das nicht? Oh! Komm ich denn da rauf? Nein! Nein! Komm ich denn da rauf? Rüber? Hä? Ich will da... Hallo? Ich will da gerne rüber gehen! Warum geht das nicht? Hä? Bin ich zu blöd? Hm. Okay, kann ich anscheinend noch nicht rüber. Schade. Halt dich denn schon wieder so lange auf! Das ist unglaublich! Man ist nie zu jung für Kaffee. Man ist nie zu jung. Zu jung. Hier das nicht. Der hat seine Schuhe. Will ich die mitnehmen? Schuhe? Nein? Okay, die hätte ich wahrscheinlich für die andere... Bist du aus dem Zirkus entlaufen? Am liebsten mag ich, wenn sie Elefanten auspeitschen. Autsch! Pass auf Hosen! Geh mir aus dem! Ich sollte dich über die Knie legen! Es riecht als wäre... Ah! So, geschieht dir recht. Sind Superhelden nicht schon wieder out? Nein! Hier oben ist auch ein Spiegel-Crape-Bee. Ich sehe jetzt jede Reihe hin drauf. Ich sehe, was sie finden sind. Okay, dann komme ich doch sicher rauf, oder? Kann ich dich rauf... Nicht? Klappen wir die alle mal auf eine Klappe aus. Oh, Memo Berries! Erinnerst du die Passion Christi? Das will ich nicht erinnern. Erinnerst du Sinbad als Genie in Shazam? Ja, äh, nein, wurscht nicht. Ich erinner! So, alle runtergeklappt. Bin so gut. Wurscht nicht. Muss ich da drauf schießen, vielleicht? Da auch, wurscht nicht. Ah, wo müssen wir denn jetzt hin? Zum Raisins. Ich bin jetzt hier. Und muss... Warte mal. Hä? Ach, da hin, genau. Also hier, da lang. Ach Gott. Ach, das geht ja gar... Das geht ja nicht wegen der Lara. Okay, die Katze haut eigentlich ab, egal was ich mache. Okay, ich muss also durch die Gasse. Das heißt, ich muss wieder da hinüber. Wo war denn nochmal... Hier war ich. Das habe ich gar nicht gesehen. So, meine Lieben, ich werde mal zurückgehen zu der Gasse. Und, äh, diesen Part... Jo. Ah! Ich werde diesen Part hier beenden. Ja, damit wir das auch richtig beenden. Und den nächsten Part werde ich dann, ähm... Hoffentlich nie, aber wenn nicht Raisins dran sein, weil ich werde damit nochmal weitergehen will. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Kackzauber! Tschüss! Tschüss!